Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, euer Herr Blessing und ich habe einen Tipp für die erste Hilfe gegen Langeweile. Dazu brauchst du nur einen Tisch und deine Hand. Fang doch mal an, deine Faust mit dem Daumen nach oben auf den Tisch zu tippen. Als nächstes tippst du nur mit dem Daumen auf den Tisch, dann den Zeige und den Mittelfinger und als letztes den Zeige und den kleinen Finger. Nun versuchst du diesen Ablauf hintereinander hinzubekommen und dabei immer schneller zu werden. Versuch's mal aus! Liebe Grüße!